Tobi 33, ein Drittel, ruft zur GVC Neujahrs-Challenge. Da ist natürlich Vinyl und mit dabei. Ja, herzlich willkommen. Tobi hat dazu aufgerufen, am Neujahrstag mit einem Video an den Start zu gehen, wo es um das große Thema Cover geht. Er hat sich dazu fünf Leitfragen überlegt. Die habe ich euch auch unten in die Videobeschreibung gepackt, falls ihr selber noch mitmachen wollt. Und habe da dann auch meine Platten verlinkt, die ich euch jetzt vorstelle. Es geht los mit der ersten Kategorie, die nennt sich Lieblingscover. Da habe ich mich für Bob Dylan, The Freewheeling Bob Dylan entschieden. Hier auf eine Erstpressung von 1967. Ja, Fork, Fork, Rock, wer kennt nicht? Bob Dylan in seiner ganz großen Zeit. Ikonisches Cover, würde ich sagen. Bei mir ist es deswegen emotional so verknüpft, weil ich den Film Verlinder Sky gesehen habe, wo dieses Cover also auch eine prominente Rolle in der Handlung spielt. Und seitdem bin ich ganz verrückt nach diesem Cover. Und ja, seit ich dann auch Vinyl sammle, bin ich auf die Suche gegangen und habe dann in einem coolen Laden in Freiburg zum Glück diese besondere Pressung hier gekriegt. Noch sehr, sehr gut erhalten, spielt auch noch wunderbar und macht ganz viel Spaß. Und ja, dieses Cover mit den zwei hier Arm in Arm, mit dem coolen VW-Bus, mit dem Bulli noch im Hintergrund, diese Straße. Es ist einfach, es zieht mich rein irgendwo in diese Welt, die so zwischen Verliebtsein, Cineastisch, Kino, Retro-Style ist. Ja, ich liebe das einfach. Für mich der perfekte Moment auf einem perfekten Cover. Weiß nicht, wie viel Anläufe es gebraucht hat, um dieses Cover zu machen. Zweite Kategorie, schlechtestes Cover mit der besten Musik. Da hätte ich für euch Try Cleaning mit Stumpwork auf einem meiner Lieblingslabels 4AD erschienen. 2022 rausgekommen, Alternative Rock, Post Rock. Ganz widerlich hier diese Seife mit den, sagen wir jetzt mal, vermutungsweise Schamhaaren auf die Seife. Den Namen Stumpwork vom Alben-Name draufgelegt. Also es kommt einem einfach das Kotzen, ich kann es nicht anders sagen. Aber musikalisch sieht es ganz anders aus. War ein Geschenk letztes Jahr von meinem Kooperationspartner Thomas. Also nicht böse sein, dass ich in der Kategorie dieses Cover bringe. Aber es ist wirklich ganz schlimm, im Gegensatz zu der Musik. Die kann ich wirklich sehr empfehlen, wer auf so Sachen steht. Kategorie 3, Portrait-Cover. Da habe ich mich für Moloko Statues entschieden, hier auf Music on Vinyl. BMG kam 2019. Cooler Dance-Pop und die gute Dame hier auf dem Cover mit ihrem Getränk irgendwo am Wasser. Ziemlich durchgestrubbelt, elektrifiziert und vielleicht so ein bisschen angeheitert. Ja, in diesem Zustand macht die Musik auch richtig Spaß von Moloko. Ich liebe sie. Das war die große Zeit mit diesem Mega-Hit-Familiar-Feeling drauf. Wer das nicht kennt, unbedingt mal reinhören. Ganz tolle Platte. Nicht nur geiles Portrait-Cover. Ja, dann Kategorie 4. Da geht es um ein Gimmick-Cover. Ich habe mich hier für Deftones Ohms entschieden mit diesem wunderschönen Grafikeffekt. Man spricht von einem Metallic Holographic Single Sleeve Jacket in der Fachsprache. Das Ganze ist erschienen auf Reprise Records. Es ist hier eine Special Edition auf Clearwine aus US. Hatte ich mir 2020 extra besorgt, weil das halt eben so eine geile Optik hat. Im Gegensatz zu der normalen Variante vom Style her. Wer Deftones nicht kennt, irgendwo so zwischen Art-Rock, Post-Metal, Alternative Rock. Sehr geiler Scheiß. Nicht die geilste Platte. Das ist für mich eine andere, aber trotzdem macht es hier insgesamt Spaß. Ich habe es nicht bereut. Es ist auch eine Platte, die irgendwo wächst. Und hier mit diesem tollen Paket eine besonders schöne Nummer. Und zu guter Letzt dann die fünfte Kategorie. Ein Fold-Out-Cover mit bestem Effekt. Ja, also dieser Fold-Out-Begriff, der ist ja auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Im Prinzip ist es ja wie so ein Gatefold gemeint, was so das Neuere meint. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt gar nicht für so ein Gatefold entschieden, sondern hier für dieses besondere Cover, weil es die einzige Platte ist, die so aussieht. Es geht um Little Sims No Thank You von Forever Living Originals. Die kamen 2023, habe ich dieses Jahr auf meinem Kanal vorgestellt. So Consciousness, Jessie, Hip-Hop-Styles hier auf einer Green and White Galaxy Limited Edition. Und das Schöne bei diesem Cover ist halt, die ist so limitiert. Die gab es exklusiv bei HHV nur 500 Stück in dieser Farbe. Und von der Gestaltung her ist es wie so ein Briefumschlag. Also man kann das so unfolden, insofern passt es ganz gut im übertragenen Sinne. Und dann, ja, faltet man das so auseinander und hat dann hier quasi offengelegt die Platte drin mit diesem Inner-Sleeve und so weiter. Also so ein bisschen wie so ein Briefumschlag irgendwie zusammengefaltet. Finde ich sehr innovativ, habe ich so nirgendwo gesehen. Nervt natürlich auch ein bisschen, wenn man die Platte auflegen will und das da rausholen. Aber ist das Kunst oder muss das weg? Das ist halt immer so die Sache. Desto ausgefeiner ein Cover gestaltet ist, desto mehr Kompromisse muss man dann vielleicht auch im Alltagshandling damit dann eingehen. Weil es hat sich ja vielleicht auch irgendwann mal jemand was dabei gedacht, dass sich so eine gewisse Norm dann standardisiert hat. Aber ja, trotzdem. Wer Leute da draußen hier irgendwie so Hip-Hop, R'n'B-Kram, sie steht, hört euch mal Little Sims an. Und es lohnt sich durchaus, das Schätzchen hier dann doch aus der Verpackung rauszuholen. So viel kann ich sagen. Jo, das war's dann. Mein kleiner Beitrag zur GVC-Neujahrs-Challenge von Tobi333. Wenn ihr Tobi333 noch nicht kennt, dann seid ihr halt doof. Also macht euch schlau und geht mal unten in die Videobeschreibung und folgt dem Kanal. Das ist nämlich ein Urgestein der GVC. Ich habe ihn in Kassel auch endlich mal persönlich kennengelernt. Habe auch ein Interview mit ihm gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch von meinem Kanal her, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ist aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, weil der Tobi ist ein Urgestein. Der ist schon ewig lang dabei. Der war sozusagen der Stein des Anstoßes, der Ideengeber für die GVC, die German Rhinel Challenge von mir zu organisieren. Er hatte damals ja die Idee mit der Challenge, so habe ich schon prominent von ihm gesprochen, auch im Podcast. Und ist einfach ein guter Typ. Und von uns allen würde ich sagen, einer, der so ziemlich eine der größten Vinylsammlungen hat. Und deswegen, wenn der ein Video macht, dann geht ihr auch ein bisschen länger und ihr kriegt eine ganze Wagenladung an Platten um die Ohren gehauen. Also ich würde sagen, pro Video so viel, wie man bei mir auf dem Kanal dann das ganze Jahr übersieht oder so. Also es ist der Wahnsinn, wenn ihr den Kanal nicht kennt. Unbedingt folgen. In diesem Sinne, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr mit einer der Platten connecten konntet. Ob da auch was für euch dabei war, ob ihr vielleicht auch eine von denen habt. Und ich freue mich natürlich, wenn noch ganz viele Leute hier am Neujahrstag oder von mir so einen Tag später hier noch bei der GVC Neujahrs-Challenge mitmachen. Tobi, vielen Dank für deine Initiative. Fand ich eine coole Idee. Und ich freue mich schon auf die anderen Videos. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.